sich sammeln bedeutet wie ist das wenn wir uns sammeln kann ja alles mögliche bedeuten sammeln bedeutet für die meisten menschen ich sammle etwas ein also zum beispiel jetzt pilze in dieser jahreszeit oder ich sammle den müll von der straße oder ich sammle ein puzzle teil ein oder puzzle teile ein die verloren gegangen sind und sammeln sie wieder auf und wenn wir an diesen beispielen bleiben an diesen paar beispielen dann sehen wir schon was es eigentlich bedeutet wir sammeln etwas das verloren gegangen ist wir sammeln etwas das durcheinander gekommen ist also wir sammeln etwas und fügen es wieder zusammen also geht es beim sammeln tatsächlich um das zusammenfügen nun mag man natürlich fragen zu recht fragen wieso passiert das immer wieder weil wir chaotisch sind als menschen weil wir die dinge nicht zusammen kriegen weil wir sehr schnell den überblick verlieren weil wir chaotisch in dem sinne sind dass wir nie genau wissen wie alles zusammenhängt was der sinn von dingen ist was eine erfüllung des lebens ist und so weiter also als menschen haben wir einfach die natur möglicherweise diese natur dass wir uns immer wieder sammeln müssen selber eben als individuum geradezu einsammeln um zu dem zu kommen was wichtig ist um zu dem zu gelangen was der ausgleich ist und was den ausgleich ausmacht es geht ja immer wieder auch um den ausgleich da ist etwas sehr vielleicht sehr extrem passiert du hast eine zeit lang viele gegessen oder oder du hast dich zu viel bewegt zu einseitig bewegt oder du bist zu viel gereist oder du hast zu viel rumgesessen was auch immer das ist wir können alles zu viel machen in dem extrem maße das möglich ist und deswegen geraten wir immer wieder in die herausforderung uns zu sammeln um eben ein ausgleich entstehen zu lassen um aus dieser sammlung ein ausgleich letztendlich zu bewirken das heißt ich werde mir darüber im klaren was ich so gemacht habe und deswegen haben wir zum beispiel ein gedächtnis um sich mal wieder darüber im klaren zu werden was ist denn da gelaufen ich sehe jetzt eine retrospektive durch mein gedächtnis und deswegen kann ich mich sammeln also dann sitze ich da und egal wo ich dann sitze und in welcher haltung ich sitze oder ich liege da und überlege mal wie war denn das so gewesen jetzt in den letzten zeiten oder wie war das gewesen in den in den letzten jahren oder vielleicht auch in längeren zeit abschnitten und dadurch komme ich immer wieder zu einer einsicht und einer klarheit mir gewissen klarheit und ich sage mir dann in dieser sammlung also in dieser überlegung in dieser erinnerung und damit in dieser auseinandersetzung das tun wir ja mit unserer erinnerung wir setzen uns auseinander wir spüren etwas wir sind betroffen negativ oder positiv und dadurch erziehen wir dann unsere konsequenzen durch diese sammlung und dieses sammeln sich sammeln ist eher ein ruhiger zustand ist ein zustand in dem man die dinge mit abstand mit einem gewissen abstand betrachten kann und wirken lassen kann auf sich zukommen lassen kann geradezu denn das gedächtnis ist ja etwas was automatisch ist in dem sinne es ist immer vorhanden in uns wir können auf das eine oder auf das andere zugriff haben die assoziationen entstehen und dadurch haben wir immer diese sammel möglichkeit also wir überlegen dann wir sind vielleicht sogar traurig oder deprimiert alles hat seinen sinn es ist sehr wichtig jede störung hat ihren sinn und ihren zweck damit wir uns tatsächlich immer wieder sammeln oder du wachst auf eines tages und denkst mein gott wie sinnlos ist das alles was ich bisher getan habe oder wie sinnlos ist das was jetzt im letzten jahr gelaufen ist oder wie sinnlos scheint es scheint ja oft die die meisten dinge scheinen sie sind nicht das ist ja sowas absolutes sondern sie scheinen sie scheinen irgendwo so zu sein und das führt eben in der sammlung dazu dass wir konsequenzen ziehen und dass wir durch die sammlung eine bewusstheit erlangen für das was zu tun ist welche schritte wir als nächstes unternehmen um etwas in dem sinne auszugleichen um zu etwas anderem zu kommen um dadurch natürlich zu wachsen um uns zu entwickeln die entwicklung für uns als menschen und überhaupt auch die entwicklung generell ist wesentlich weil wir bleiben ja nie stehen wir hätten zwar gerne als menschen eine gewisse konstanz also eine beständigkeit aber wir verwechseln die beständigkeit die wir gerne haben und wo wir gerne verharren oder wo wir dann eben auch einseitig sind mit einer anderen beständigkeit die in wirklichkeit dann trägt und das hat ja direkt mit dem sammeln zu tun die beständigkeit des sammelns ist das anhalten das innehalten das nicht mehr gewöhnlicherweise tun oder das nicht mehr typischerweise tun sondern dieser standpunkt der plötzlich etwas überblickt der etwas durchschaut dadurch dass er ruhig ist der standpunkt das ist ja das entscheidende beim sammeln wenn ich mich sammle sitze ich sitze ich zum beispiel ruhig da oder ich liege ruhig da ich wache wie gesagt das mag ich ja so gern das beispiel mitten in der nacht auf und dann kommen gedanken und gehen gedanken manche gedanken quälen mich und und so weiter und dann schlafe ich wieder ein und werde erlöst von den quälenden gedanken und dann wache ich wieder auf und so geht es ja das ist so meines erachtens die natürliche form unseres daseins das uns eigentlich reguliert in dieser art auch in dieser unterbewussten art die natürlich hier eine ganz entscheidende rolle spielt also sammeln hat er sehr etwas zu tun mit dem ich tue nicht ich lasse los ich weiß es nicht ich weiß es jetzt nicht aber es passiert trotzdem etwas das ist vielleicht so eine ganz wichtige erkenntnis die man haben kann natürlicherweise sind wir so strukturiert als menschen dass wir immer wieder loslassen müssen und dadurch sammeln wir uns wir können uns bewusst sammeln indem wir einfach so da sitzen und meditieren und kontemplation haben lauschen beobachten zuhören wahrnehmen ohne etwas in einer aktion zu machen als reaktion auf das was wir wahrnehmen zu tun und das ist sehr interessant also ich kann die welt wirklich so fließen lassen und ich fließe dann mit in der welt ohne dass ich sofort in aktion verwickelt werde und herausgefordert werde oder mich selber herausfordere etwas bestimmtes zu tun das ist interessant also das sammeln das immer wieder geschehen will in unserem alltag ich betone im alltag und nicht nur zu weihnachten oder zu ostern oder zu deinem geburtstag oder zu irgendwelchen ritualisierten anlässen also jetzt beispielsweise am sonntagmorgen das ist natürlich ein interessanter sammelpunkt der sonntagmorgen weil er eine lange tradition hat gerade in unserer kultur aber auch in anderen kulturen natürlich kann man es ritualisieren ist keine frage also muss sich jetzt nicht dran stören wenn ich sagte ritualisieren aber es ist nicht unbedingt darauf angewiesen sondern das sammeln ist ist tatsächlich ich lehne mich immer wieder zurück ich steige jetzt gerade aus aus dem typischen gebrauch des alltags aus dem gebrauch des alltags wir brauchen ja unseren alltag immer wieder um dies und jenes zu tun das und jenes zu verfolgen zu realisieren zu verwirklichen und so weiter und so sind wir dann sehr schnell verwurschtelt in irgendwelchen einseitigkeiten die uns dann exhausting wo wo dann wirklich wir ja uns einfach verausgabt haben und deswegen sammeln wir uns deswegen werden wir krank deswegen sind wir gestört deswegen haben wir keine lust mehr und deswegen sagen wir ich brauche jetzt meine auszeit ich brauche einfach auszeit ich laufe nur durch die gegend und während ich durch die gegend laufe durch die berglandschaft wandere oder am mehr entlang wandere sammle ich mich ich sammle mich sammle meine gedanken die sammeln sich quasi selbst es sammelt mich das ist das interessante am sammeln am sich sammeln es scheint so ein aktiver persönlicher vorgang zu sein ist es aber nur zu einem gewissen umfang sondern das sich sammeln bedeutet ich lasse etwas geschehen ich gebe mich diesem geschehen hin ich weiß noch nicht genau wo es lang geht wo es zielführend so genannt zielführend hingeht und all das sondern es sammelt sich in mir durch das loslassen also zum beispiel eben das berühmte wenn wir nachts schlafen wenn wir ausruhen wenn wir nichts tun und nicht daran denken mein gott was mache ich jetzt im nichts tun wie gestalte ich das nichts tun viele menschen viele menschen sind so drauf dass sie sogar das nicht tun also das entspannen und damit eben das sammeln auch konzeptionalisieren wollen das ist interessant und dadurch dass sie es konzeptionalisieren wollen dass sie das quasi in etwas gießen wollen wie es funktioniert wie man das eben in der checkliste abarbeitet ist es eben kein typisches sammeln mehr oder eben auch kein loslassen mehr sondern das loslassen ist loslassen ist loslassen und dadurch eben ein sammeln es es geschieht ich betone dass es passiert so wie die formel im autogenen training es atmet mich es atmet mich tatsächlich ich lasse den atem geschehen ich muss nichts dazu tun ich kann ihn kontrollieren auf eine gewisse weise willkürlich aber ansonsten ist es ein es es passiert es geschieht es geschieht und genau so ist es mit dem sammeln wir sammeln uns immer wieder wenn wir das nicht täten immer wieder dann würden wir nicht mehr leben wir würden schlichtweg sterben also spätestens dann wenn wir eben schlafen wie gesagt natürlicherweise überfraut uns übermannt uns der schlaf und dann ist gut und es ist egal wie lange du geschlafen hast du wirst immer wieder in diese phasen hinein geraten wo du nicht mehr kannst und wo dann das geschieht diese sammlung also dieses off dieses nicht tun dieses nicht in dem bereich ich habe mal vor einiger zeiten Audio darüber gemacht auch wo wir gar nicht sehen dass das meiste oder ein großer teil unseres lebens eben aus diesem off besteht aus diesem nicht tun sonst würden wir schlichtweg nicht existieren weil die welt eben gar nicht so ist wie wir in einem sogenannten wachzustand immer wieder vermuten oder mutmaßen was sich natürlich als falsch erachtet und erachten muss weil wir eben immer wieder loslassen müssen das ist so wichtig das ist das unterbewusste das tatsächlich so wesentlich ist für unser Leben und für die Bestimmung unseres Lebens sich sammeln bedeutet ich trete immer wieder zurück ich lasse mich geradezu zurücktreten ich belasse mich und das hat etwas mit Vertrauen zu tun das hat etwas mit Hingabe zu tun das hat mit Geschehen lassen zu tun was immer geschehen möge es darf geschehen das hat etwas mit Anerkennen zu tun ich erkenne es an ich erkenne es einfach an ich lasse es zu egal was es ist und dadurch passiert dann etwas erst dadurch und das bedeutet für uns als Menschen dass wir bemerken wir sind es nicht nur mit unserem Mind mit unserem Verstand mit unserem Rat zu Vernunft mit unseren Konzepten Strukturen was auch immer sondern es muss sich immer wieder manifestieren in dem gemeinsamen spätestens unterbewussten also mit dem gemeinsamen unterbewussten geradezu in der Sammlung da passiert ja etwas wahrscheinlich kollektives etwas zusammenhängenderes etwas was wir nicht durchschauen und das hat etwas zu tun mit dem göttlichen oder Gott weiß was irgendwo mit tiefem eintauchen in etwas absolutes starkes was ich zum Beispiel versucht habe in den letzten Tagen auch darzustellen in diesen alten indischen Weisheiten im Advaita beispielsweise Vedanta Advaita Vedanta das ist sehr interessant sich auch damit auseinanderzusetzen das werden wir auch fortführen Sammeln bedeutet einfach du kannst jeden jede Situation im Leben nehmen um dich zu sammeln du sitzt am Meer und betrachtest das Meer du sitzt am Lagerfeuer und die Flammen prasseln und über dir diese wunderschöne Sternennacht nehmen wir mal an das ist auf einem tollen Berg zusammen mit anderen Menschen oder auch alleine und du genießt dieses Feuer und schaust in die Flammen und die Flammen lassen dich loslassen und der Sternenhimmel allemal über dich nachzusinnen und so weiter also nicht nicht zwanghaft nachzusinnen nicht zielbestimmt nachzusinnen sondern etwas geschehen zu lassen es geschehen zu lassen es reicht wirklich der Blick in den Sternenhimmel oder der Blick in die Flammen oder das was jetzt gerade geschieht ich sitze im Auto und mache diese Aufnahme und es ist Sonntagmorgen und ich schaue hier einfach hinaus und bin umgeben von diesen Gebäuden oder dieser Landschaft von diesem Himmel der immer blau ist wenn die Sonne scheint da passiert dann eine Sammlung selbst in dem Sprechen in diesem tatsächlich ohne dass ich jetzt einen Text habe etwas spreche da passiert etwas es fließt etwas ich sammle mich da rein und lasse es einfach geschehen natürlich kann ich es aufschreiben und das tue ich auch ab und zu ist auch eine Möglichkeit aber es geht ja immer wieder so lass es geschehen lass geschehen was geschehen will lass es einfach geschehen und dazu können wir natürlich sehr besondere Anlässe kreieren und daran teilhaben aber es braucht es eigentlich gar nicht sondern Sammlung findet immer wieder statt wie gesagt spätestens in der Nacht aber auch sonst irgendwo da wenn du da sitzt meinetwegen du hast gerade gefrühstückt und es war ein schönes Frühstück alleine oder zusammen mit anderen Menschen und du schaust du aus dem Fenster raus und beobachtest dich dabei wie du aus dem Fenster schaust und es ist angenehm du musst nicht etwas tun du musst nicht etwas Bestimmtes tun du weißt nachher machst du das und das das ist in deinem täglichen Zeitplan drin das ist schon okay so aber jetzt gerade tust du es nicht und es ist gleichzeitig etwas sehr unendliches etwas zeitenloses sich zu sammeln zeitenlos es ist ein zeitenloser Zustand auch wenn wir ihn messen können in Sekunden oder in Minuten er ist letztendlich zeitenlos es ist es oft tatsächlich das Aushebeln aus allen Alltagsbedingungen die wir uns selbst kreieren so das ist so der Punkt Sammeln bedeutet ich steige jederzeit aus ich lasse jederzeit aussteigen oder wenn man es noch anders ausdrücken würde genau im Gegenteil ich steige wieder ein in das Eigentliche das ist das Eigentliche das ist das mich macht und bedingt also dieser Punkt dessen was geschehen will ich nehme an diesem Fluss teil also du kannst es jetzt einsteigen oder aussteigen nennen es ist egal es scheint ein Widerspruch zu sein ist aber nicht wirklich ein Widerspruch sich sammeln bedeutet ich gucke gerade so in die Ferne also hast du hier jemand beobachtet zum Beispiel der mit dir am Tisch sitzt dein Kind vielleicht auch oder Erwachsene bei Erwachsenen beobachtet man das vielleicht ein bisschen seltener bei Kindern häufiger die scheinen so zu träumen die gucken plötzlich so raus das ist genau der Sammelpunkt den die öfter geschehen lassen und das ist toll so und dann sagt man nicht hey was träumst du wieder bleib bei der Sache und mach deine Sache das ist totaler Quatsch lasst die Kinder sich sammeln lasst die Erwachsenen sich sammeln lasst uns anschauen auch oft entsteht im Anschauen das Sammeln ich schaue an und schaue dem die Augen und schaue nur an und da erwarte ich nichts Besonderes da entsteht jetzt nicht unbedingt eine Verliebtheit oder so sondern einfach die Verbundenheit in dem gemeinsamen Sammeln unseres Augenausdruckes meinetwegen als Möglichkeit aber wir können es auch in den Händen nehmen und uns sammeln im Kreis sitzen schweigen meditieren da sein einfach so gemeinsam da sein das ist etwas sehr starkes was wir machen können als Menschen und wir können es natürlich gleichermaßen eben auch alleine machen indem wir uns alleine sammeln immer wieder sammeln und uns einfach nur so wie ich das jetzt eben proklamiere in diesem Audio darüber bewusst werden oder uns darauf einstellen diese Sammlungen zuzulassen weil in Wirklichkeit oder in der Natürlichkeit will sie eigentlich immer da sein sie will immer da sein und genau das ist der Sinn und das ist die Umfassung von jeglicher Existenz oder Bewusstheit dieser Zustand genau dieser Zustand der immer wieder sein will und eigentlich ist es so wichtig dann eben aus dem typischen Leben das wir verfolgen auf die eine oder andere Art und Weise rauszukommen in den eigentlichen Urzustand jeglicher Existenz und damit eben die Verbundenheit zusammen und sich wieder gesammelt zu haben also wieder zu sehen auf was es ankommt wieder einen Überblick zu haben wieder gelehrt zu sein also von leer werden gelehrt zu sein ich bin gelehrt worden ich bin habe vergessen ich weiß es nicht mehr so und um einfach wieder immer wieder frisch anfangen zu können wir können nur leben und existieren indem wir leer werden indem wir uns gesammelt haben und das ist vielleicht für manche missverständlich weil sie denken ja ich muss es wieder zusammen sammeln sammeln in dem Sinne dass ich die Sachen die ich verloren habe weil ich keinen Überblick mehr habe einsammeln muss dieses anfängliche Beispiel mit dem Puzzle sondern sammeln ist tatsächlich dieses was ist denn das Eigentliche das Eigentliche aus dem wir heraus ich betone aus dem wir heraus existieren was ist das Eigentliche und das bedeutet diese Sammlung plötzlich ist es klar plötzlich merke ich worauf es ankommt und das ist nicht konzeptionell ich möchte es nochmal betonen es hat keine Struktur es hat keinen Ablauf es hat auch in dem Sinne letztendlich keinen Ritus wir können Ritus veranstalten das ist vielleicht ein gewisses Gerüst das dann wiederkehrt das ist so eine Konditionierung die einem dazu hilft verhilft so zu sein aber es braucht es nicht sondern du kannst dich immer wieder sammeln du musst das nur dir bewusst machen ich bin jetzt gerade da ich tue gar nichts was du von mir erwartest was ich selber von mir erwarte was ich abhandeln sollte oder irgendetwas es ist nur dieser Zustand auf einen Punkt zu kommen auf einen entscheidenden Punkt zu kommen und das ist ja dann wieder das Sammeln das Eigentliche zu dem Eigentlichen zu gelangen das Eigentliche Tiefe Absolute immer Dasein vorseiende ewige erlösende jenseits von Dualismus und all das das ist ja der Punkt des Sammelns also in dem Sinne weniger das Einsammeln der Puzzleteile aber auch das hat damit zu tun etwas zu sammeln und etwas zu überschauen also wenn wir darüber nachsinnen und das ist der Zweck dieses Audios sich sammeln was bedeutet das das ist